Wir melden uns live mit den News am dritten Adventswochenende und das sind unsere Themen heute. Und damit hallo und willkommen bei den RTL 2 News aus Berlin. Heute ist ein historischer Tag, das sagte der französische Präsident François Hollande in Paris. Denn zum ersten Mal überhaupt gibt es eine Einigung zu einem weltweiten Klimaabkommen, das die Zukunft unseres Planeten retten soll. Und das wird auch höchste Zeit, denn für manche Nationen sieht die Lage gerade gar nicht gut aus. Isabel Engler. Und wir schauen jetzt auf die weiteren Nachrichten des Tages. Nina Lammers fasst zusammen. Ja und ein Spiel läuft noch. Zwischen Leverkusen und Gladbach steht es aktuell 4 zu 0. Die Gruppenauslosung für die Fußball-EM 2016, die ist hingegen durch. Unsere Gegner stehen damit fest. Deutschland spielt gegen die Ukraine, gegen Polen und gegen Nordirland. Und wie die anderen Gruppen aussehen und an welchem Tag wer spielt, das findet ihr jetzt auf unserer Website rtl2news.de. Ein Toter, mehrere Schwerverletzte und Totalschäden. Das ist die traurige Bilanz einer Crash-Nacht auf Deutschlandstraßen. Das Erschreckende, alle Beteiligten waren gerade mal zwischen 17 und höchstens 26 Jahren alt. Und zu schnell oder zu leichtsinnig unterwegs. Ein schwerverletzter Fahrer hatte sogar 1,5 Promille im Blut. Tim Korge mit den Bildern der Unfallnacht. Tradition oder mal was Neues, das wird in diesen Tagen beim Aufbauen des Weihnachtsbaums in vielen deutschen Wohnzimmern heiß diskutiert. Wer den alten Weihnachtsspuck von Oma nicht mehr sehen kann und seinen Tannenbaum in diesem Jahr mal lieber ein bisschen aufpimpen möchte, mein Kollege Jakob Paslik hat ein paar skurrile Deko-Trends entdeckt. Und jetzt kommen wir zu den VIPs, da hat Sophia Tomala mal was ganz Interessantes ausgeplaudert. Und jetzt schauen wir noch mal musikalisch auf die Themen der Woche mit den Jungs von Kunstrasen und dem Wochenreplik. Heute mal featuring First Lady Michelle Obama. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Hier geht's jetzt weiter mit Will Smith und Martin Lawrence in Bad Boys. Viel Spaß dabei, einen schönen Samstagabend noch und bis morgen. Viel Spaß dabei, einen schönen Samstagabend noch.